Ich weiß, aber ich. Wissen Sie, wo er ist? Er ist auf einen Berg gefahren und sucht nach einem Wunder. Niemand darf da rein, wenn er nicht hier ist. Geben Sie mir die Schlüssel. Und zwar alle. Möchten Sie Tee, Mrs. Thorne? Whisky. Mr. Shelby gestattet keinen Whisky mehr im Büro. Dann schicken Sie jemanden los. Solange Mr. Shelby auf seinem Berg sitzt, habe ich hier das Kommando. Ja, Mrs. Thorne.